So meine Lieben und Damen und Herren, willkommen zur siebten Folge des Online-Fußball-Manager-Let's Plays hier bei mir bei eurem Badischlappen und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mal wieder mit der spannenden Darstellung, mit dem spannenden Spielbericht unserer beiden Spiele, zumindest für heute gegen den Weimarer SV in der Liga, sprich der sechste Spieltag und das Friendly gegen den FC Kotzbrunn. Das die beiden Partien, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Friendly, wir gucken uns natürlich vorher schnell so ein bisschen die Mannschaft an, denn der FC Kotzbrunn, Freunde, ich habe es ja schon im Vortag, beziehungsweise überhaupt heute früh auch schon gesehen, dass der natürlich schon so ein bisschen besser dasteht, ne, als wir, ganz klar, ihr seht es an der Stärke, also da werden wir wieder abgeschossen werden, bin ich mir ziemlich sicher, aber ist ja am Ende auch halb so wild, wir machen mal ein bisschen schneller. 284 Zuschauer im Park, der Kings, Freunde, 5000 passen rein, 71% Auslastung, nee, 5000 Euro war Startgeld, wahrscheinlich immer nur noch 400. Schauen wir rein, zweite Minute, 1 zu 0, Aristophanis Melisanidis, zwölfte Minute, Stefan Degenkolbe mit dem zweiten Treffer, also ihr merkt, da ist relativ wenig drin für uns, 26. 3 zu 0, aber wir kassieren zumindest so ein bisschen die Kohle, das ist ja immer das Wichtigste bei den Friendlys, dass man dadurch natürlich auch so ein bisschen das Gehalt abdeckt und so weiter und so fort, 45. jetzt sogar noch das 5 zu 0, ich hoffe, es wird nicht zweistellig, 6 zu 0 kniepen in der, was haben wir da, in der 55. Minute und dann ist Schluss, also ein 5 zu 0 hat es letztendlich gegeben, wir können ja mal schnell reingucken, was hatte er denn jetzt für eine Stärke genau, äh, kann ich das nochmal so machen, steht das da nochmal hier, 43 hatte er, wir eine 20, ich meine, dann ist es klar, brauchen wir nicht lange drüber reden, ich würde sagen, wir machen natürlich noch das Ligaspiel, der Weimarer SV, den kann ich euch natürlich auch mal ganz, ganz schnell zeigen, ähm, zumindest was den Kader angeht, ihr seht, jetzt gleich, wenn es lädt, er hat nicht so die allerbeste Mannschaft, ähm, ich weiß gar nicht, was er für eine Stärke hatte, werden wir gleich sehen, aber das Ding sollten wir gewinnen, in Schlappis Wohnzimmer, da ist schon mal die nächste Änderung, ich habe jetzt einfach mal das Stadion in Schlappis Wohnzimmer geändert, mal gucken, das werden wir sicherlich noch das ein oder andere mal ändern, aber, ich denke, für den Anfang passt's, das hört sich doch ganz gut an, 35er Stärke, er mit einer 20er, also wir sind da Favorit und ihr seht, Martin Schröder in der 14. Minute bereits mit dem 1 zu 0, 46. Minute, 2 zu 0 wieder der gute Martin Schröder, Angel Kempes, unser Top-Stürmer Schalter, dann wird's nicht eng, Kempes mit dem 3 zu 0, ich denke, damit die Entscheidung, 56. Minute, gibt noch ein paar gelbe Karten, auch Keidel, unser, ich glaube, recht defensiver Mann, der da nochmal eine gelbe bekommt, 4 zu 0, Arzer, Otis, ein Freund, das läuft, Redl, unser defensiver auch nochmal, und die 93. der Foul-Elfmeter, sogar noch das 5 zu 0, wir gucken mal rein in die Statistik, wie das Ganze letztendlich aussieht, was verdient oder eben nicht, 63 Prozent, 8 zu 0 Chancen, Freunde, absolut verdient, von dem her perfekt, wir können nämlich reingucken, ich habe euch ja gesagt, dass ich noch den letzten Spieltag euch zeigen möchte, den zeige ich euch natürlich auch, gegen Figaros, 26er Stärke hat, da gab es ein 3 zu 1, sprich, wir sind jetzt momentan auf dem 6. Tabellenplatz, mit 10 Punkten aus 6 Spielen, 2 Niederlagen haben wir schon, aber wie gesagt, ich kann es euch ja nochmal schnell zeigen, für alle, die vielleicht nicht mit reingeguckt haben, das war hier gegen die Horses, gegen die Pferde, der hat eine 40, da hatten wir auch, genau, eine 31 steht sogar hier mit dabei, sprich, da waren wir der klar, oder die klar unterlegene Mannschaft, genauso gegen den Larry hier, also von dem her, ist das in Ordnung, dass wir da zweimal verloren haben, alles kein Thema, 10 Punkte haben wir, ihr habt mir wieder viele Nachrichten geschrieben, wieder der Klebens 5 zu 0, so wollen wir das sehen, ja wunderbar, nur Pech, Sunny, Daniele bei den jungen Schnäppchen, da kauft er sich lieber die alten und so weiter und so fort, ihr habt mir auch ein paar Nachrichten geschrieben bezüglich nicht absteigen, pass auf, dass du nicht absteigst und so, werden wir auch nicht, oder auch der Aufstieg ist in Gefahr, ganz ehrlich, diese Saison ist eigentlich nur so da, so ein bisschen im Mittelfeld rumzudümpeln, zu gucken, dass sich die Spieler weiterentwickeln, und dann in der nächsten Saison, da möchte ich dann richtig angreifen, gegen die beiden haben wir jetzt eh keine Chance, wenn wir reingucken, VfL Borussia, 54er Stärke, wartet mal, wir müssen sogar noch an den Sechsen, ich glaube, der hat sich verbessert, ähm, wo ist er, oh, 51er, dann hat er wieder ein bisschen zurückgeschraubt, vielleicht auch ein bisschen geschont, hier hat er wieder eine 55, ne, also da kommen, oder gibt es keinen dran vorbeikommen, genauso gegen Eintracht Peißen, eine 49 auch richtig Gas gegeben und Larry mit einer 47, dann kommen noch die Pferde und dann kommen wir, hier, Max Power, was hat der, eine 25, der hat vielleicht ein bisschen Glück gehabt bisher, mit den Spielen, kann gut sein, spielt jetzt gegen Larry, da wird es auch spannend, da werden wir ihn dann wahrscheinlich überholen können, denn ihr seht, wir spielen gegen den FC Zatz Giel, 31er Stärke, wir mit einer 36, und ihr werdet euch fragen, 36, was hat er nun wieder gemacht, wir haben noch ein paar Spieler gekauft, gehe ich aber gleich noch näher drauf ein, ähm, und wie gesagt, dadurch, ja, das, das müssen wir gewinnen, das müssen wir gewinnen, sind dann ein bisschen stärker, wird eng, aber ich hoffe, dass wir das packen und dann ab nach oben marschieren, wir haben ja ausgerechnet 20 Siege brauchen wir, damit sich der Sponsor lohnt, und ich denke, die werden wir auch holen, und dann passt das, Freunde, wunderbar, so, also wie gesagt, ich wollte euch noch ganz schnell zeigen, ich habe wieder viele, viele Nachrichten gekriegt, auch mittlerweile 235 Freunde hier, ihr seid verrückt, Freunde, Gästebucheinträge noch und nöcher, es ist unglaublich, nicht wundern, dass es ein bisschen länger lädt, mein Internet, ihr kennt es, 5 zu 0 läuft bei dir, ich spiele jetzt auch voll super, reinhalten, sonst wird es nichts mit dem Aufstieg, das ist zum Beispiel das, wie gesagt, aufsteigen möchte ich gar nicht in der Saison, und so weiter, und so fort, das also, soweit von euch, auch wieder viele Nachrichten bekommen, und ich habe hier unten, ihr seht es, mal die Tribünen repariert, ich glaube nicht, dass es sich schon gelohnt hat, aber ich wollte es einfach mal gucken, wie das so ist, ne, ein bisschen ausprobieren, die habe ich repariert, jeweils knapp 800 Euro gekostet, dann haben wir ein neues Achievement erreicht, nämlich Kaufrausch, da kann ich euch ja mal alle zeigen, wir haben hier, was haben wir denn hier, hier haben wir, wenn es mal geladen hat, laden schneller, ich freue mich schon, ab dem 18.09. hat Schlappi VDSL, dann geht das hier alles viel, viel schneller, also, Kaufrausch haben wir, es wurden schon 10 Spiele auf dem Transfermarkt gekauft, guter Freund, es wurden bereits 5 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen, die 10 schaffen wir auch noch, höchster Level wurde erreicht, ein Schnäppchen, sehr schön, und die Trainerlizenz, die haben wir sowieso, das also soweit, die Neuerungen, und hier haben wir nämlich einen, Güven Türksever, habe ich mir geholt, Freunde, und ich habe ihn mir für 12.000 Euro geholt, ihr seht, Mark wird es zwar nur bei 6.000, aber wenn wir mal reinschauen, er ist jetzt schon Stärke 4 eigentlich, also, er wird aufgewertet, braucht noch 197, dann ist er Stärke 5, 9. Spieltag müsste die Aufwertungsrunde sein, also so in 2, 3 Spieltägchen, ich weiß nicht, wann es genau stattfindet, ob vor dem 9., nach dem 9., während dem 9., ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, ist ja dann auch das erste Mal sozusagen für mich, aber bin ich mal gespannt, einer, der dann auf der rechten Mann-Decker-Position spielt, für den guten Enrico Keidel, den habe ich geholt, und ich glaube, die anderen habe ich euch schon gezeigt, die ich mir noch geholt habe, Freunde, ich glaube schon, ich bin momentan noch an einem dran, ich hoffe einfach, dass das finanziell noch passt, denn der wäre richtig genial, wird schwierig, wird schwierig, und zwar ist es dieser Leonidas Siovas, von Zenit Darmstadt 98, der momentan zumindest der Höchstbieter ist, ähm, denn, guckt mal rein, das wollte ich euch unbedingt zeigen, habe ich mir auch notiert, 3er Stärke, 17er Alter, aber auch der, wenn wir da wieder über den AWP-Rechner gehen, denn das ist auch das, was ich euch naheliegen möchte, dass ihr euch den anschaut, ne, das ist der Falsche, den ich euch jetzt zeige, oder? Ja, das ist der Falsche, ihn hier wollte ich euch zeigen, oder? Habe ich, habe ich den vielleicht gar nicht mehr drin, das wäre natürlich bitter, den habe ich gar nicht mehr drin, denn, ich hatte neulich einen Spieler, vielleicht, wenn wir dann später auf den Transfermarkt nochmal gucken, finden wir vielleicht nochmal so einen, der hatte hier schon, der war eigentlich, wenn ich das so mal nebeneinander stelle, huch, der war eigentlich hier, ähm, Stärke 2, oder sagen wir mal Stärke 3, hatte dann aber, wie gesagt, schon Stärke 4 hier, ne, also, da drauf achten, ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, dann bekommst du die auch relativ günstig, wie jetzt auch unseren Türken, den ich da vorhin, äh, angesprochen habe, diesen Sevap, oder wie auch immer er hieß, war eigentlich genau dasselbe Fall, wollte ich euch da nur nochmal so ein bisschen genauer zeigen, Güven, Türksever, der gute Mann, ähm, also, ziemlich dasselbe, das wir da hatten, denn, ähm, defensiver Mittelfeldspieler möchte ich mir holen, damit wir einfach auf der Position das Alter ein bisschen senken, da haben wir den Dreisiegerigen, ist alles kein Thema, aber, da werden wir mal gucken, dass wir da auf lange Sicht gesehen wieder einen guten Rand kriegen, jetzt haben wir eigentlich nur noch hier einen 27-Jährigen, hier einen 27-Jährigen und hier einen 30-Jährigen, der Rest ist alles gleich, alles gleich geblieben, also, vom Alter 18, 19, sowas in dem Dreh, wunderbar, genauso wie es sein soll, plus noch eins, zwei 18-Jährige auf der Bank, ja, leider Gottes auf derselben Position, aber halb so wild. Was ich euch auch noch unbedingt jetzt mal sagen will, ist, ähm, zum einen, wenn du Lust hast auf den OF, äh, OFM, Freunde, der auch noch nicht angemeldet bist, würde ich mich freuen, wenn du dich über meinen Link unten in der Videobeschreibung anmeldest, ist natürlich für dich kostenlos, und mich würdest du dabei ein klein wenig finanziell unterstützen, das nur so am Rande, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, sind die Friendlys. Ich kriege so viele Nachrichten, bestimmt um die 20, 30, ungelogen, ähm, von wegen, ob ich nicht ein Friendly gegen euch machen möchte, beziehungsweise ihr gegen mich, wie auch immer. Problem ist einfach nur, dass ich das nicht überblicken kann, es sind so viele, wie soll ich da auswählen, wer jetzt genau das Friendly bekommt, von dem her habe ich mir gedacht, ich werde jetzt einfach, jedes Mal, wenn hier ein Friendly auftaucht und ich einigermaßen zufrieden bin mit dem Angebot, zum einen, was auch die Stärke angeht, das zum Beispiel passt, bis 70, nicht jetzt wie bis 20 hatte ich heute, nee, hatte ich gestern, ich weiß es nicht, das war dann ein bisschen blöd, weil mittlerweile komme ich da einfach schon drüber, ähm, und solange ich jetzt da nicht ewig viel zahlen muss, und solange ihr mir auch nicht zu viel bietet, ich weiß jetzt nicht, was die Grenze ist, ich glaube 15.000, weil einer hat mir 60.000 geboten, aber das konnte ich nicht annehmen, weil das zu hoch ist für mich, ich kann das in meiner Liga nicht spielen mit 60.000, deswegen, schickt mir einfach immer wieder Friendlys, guckt rein, zwölfter Spieltag ist jetzt als nächster frei, ich werde jetzt hier gegen Schnapsnasen Kickers ein Friendly machen, zack, annehmen, ähm, sprich, morgen dann müsste der zwölfte Spieltag frei sein, beziehungsweise heute schon eigentlich, klickt einfach rein, schickt mir eine Anfrage und so weiter und so fort, ich werde es da nacheinander annehmen, aber wie gesagt, auf Nachrichten bezüglich der Friendlys kann ich da nicht so sehr eingehen, jetzt haben wir schon wieder 8, gerade waren es noch 6 und ich rede 2 Minuten, ähm, von dem her, da kann ich nicht so drauf eingehen und euch wirklich was versprechen, weil das sind einfach viel zu viel zu viele, die da irgendwas wollen und ja, das wird dann einfach zu krass, aber ich habe alle abgearbeitet, äh, abgearbeitet, alle Nachrichten erstmal soweit durchgegangen, damit ihr da versorgt seid, jetzt gucken wir rein in den Notizblock, ich, gestern kam ja kein Video, heißt, ich wollte euch ein bisschen was zeigen, Stadionamen haben wir gemacht, Neuzugang Gordon Lachmann, habe ich euch den schon gezeigt, habe ich euch glaube ich auch noch nicht gezeigt, äh, Liga-Ausstellung, der Gordon, der Gordon, wo ist der Gordon? Da, linkes Mittelfeld, kann ich den so anklicken? Ne, okay, dann müssen wir nochmal ins Team rein direkt, linkes Mittelfeld Gordon Lachmann, den haben wir uns noch geholt, Dreierstärke, ähm, linkes Mittelfeld Deutscher, 21.000 Marktwert, AWP-Rechner reingucken, 198 bis Stufe 5, also 4 sollte er kriegen, dann in der nächsten Aufwertungsrunde, an Spieltag Nummer 9, das habe ich mir noch aufgeschrieben, und, gucken wir rein, was denn noch so, das ist ja jetzt nämlich alles nur von gestern, von heute habe ich auch noch ein bisschen was, Transfermarkt, Dreier, Vierer, Stärke, Bug, das habe ich gemeint, genau, der Jugendscout ist da und wieder weg, ähm, und zwar meine ich damit, dass ich ihn wieder auf die Reise geschickt habe, zum einen, hier, 64 Stunden ist er noch unterwegs, huch, ähm, können wir theoretisch die Wartezeit halbieren, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt das Geld nicht wert, der macht sich auf die Suche nach neuen Spielen, und so weiter und so fort, oder allgemein nach neuen Dingen, ich glaube einen hat er hinzugeholt, vielleicht der, ich weiß es gar nicht, und ihr seht, wir haben das Individualtraining auf den guten Mann hier geklopft, wer auch immer das ist, äh, hoch, jetzt habe ich es wieder weg, das will ich eigentlich nicht, ähm, Gespräch, Alex de Flores, Freunde, den holen wir uns dann jetzt, 22% ist soweit, erstmal alles fortgeschritten, mal gucken inwieweit, ja, das uns dann was bringt, beziehungsweise welche Stärke der auch hat, diese noch bei 0%, da 12, 12, 4, 10, 9, aber der am weitesten durch, eben dieses Individualtraining, ähm, dieses Trainingscamp will ich auch unbedingt mal ausbauen, ich weiß nur noch nicht, ob ich es jetzt machen soll, ich glaube ich werde es dann langsam tun, wenn ich wirklich mit der Kaderplanung soweit komplett durch bin, wenn ich wirklich absolut zufrieden bin, und, und gar nichts mehr brauche, dann werden wir das ausbauen, auf jeden Fall noch in der Saison, so viel steht fest, Stadion repariert, Stadionpreise, ähm, da will ich auch noch drauf eingehen, einfach Friendly Anfrage geschickt, AWP Rechner vorstellen, ja, das habe ich auch gerade so ein bisschen gemacht, können wir aber dann nochmal kurz drauf eingehen, und den guten Güven habe ich euch auch vorgestellt, heißt, Stadionpreise, was habe ich da gemacht, ähm, ich habe nochmal ein bisschen, das, hier zum einen das repariert, das heißt, das dauert noch einen Tag, aber wir spielen jetzt glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, eh auswärts, müssten jetzt nämlich zu Hause gespielt haben, oder, täusche ich mich, ich hoffe nicht, ne, wir haben jetzt zu Hause gespielt, wenn wir da mal blättern, dann seht ihr, wir spielen, auswärts hoffe ich, jawohl, gegen Zertskill, genau, also das passt soweit, dann ist es wieder zum Heimspiel, top fit und fertig, und sowieso, und, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen die Preise wieder angehoben, und zwar, ich hoffe, da sieht man, das sieht man dann hier, ne, hat man das gesehen, Übersicht, ach, das war ja bei der Übersicht direkt, oder, das sehe ich dann jetzt hier nicht, ich habe sie glaube ich nochmal um 2 Euro pro Tribüne angehoben, außer bei der Südtribüne, da hat sie eh schon 26 gekostet, da habe ich es glaube ich gelassen, ähm, weil ich auch wieder viele, viele Nachrichten bekommen habe, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr, denn, ich muss die Nachrichten immer löschen, sonst quillt mein Postfach über, deswegen kann ich es jetzt auch hier nicht mehr angucken, wer denn das, das war nochmal, boah, ich weiß es nicht, es tut mir leid an denjenigen, auf jeden Fall viele Tipps bekommen von 2 Leuten insgesamt, bezüglich, ähm, dem Team, den Transfers nochmal, dem Stadion, wie gesagt, mit den Preisen, dass das noch nicht so perfekt ist, und so weiter und so fort, also von dem her, richtig, richtig cool, und ein dickes Dankeschön jetzt auch nochmal im Video da, an euch, ich habe es euch ja schon geschrieben, und, äh, sonst glaube ich, sind wir erstmal durch, sonst sind wir erstmal durch, ich wollte euch noch ganz schnell was zeigen, das war das allerletzte für heute, und zwar die Spielerstatistik, ähm, damit wir mal sehen, wer jetzt schon höchstwahrscheinlich eine Aufwertung bekommt, ich weiß nicht, ob man sicher eine bekommt, weil da immer steht, 499 relevante Punkte reichen vielleicht, zur nächsten Aufwertung, ähm, weil er ist ja eigentlich schon 70 Punkte drüber, ne, bei 499 wird aufgewertet, er ist jetzt schon bei 569, weiß ich nicht, müssen wir mal abwarten, höchster mit Marktwerteigen, äh, übrigens unser Tejas Nalival, 58.000, für wie viel haben wir den geholt, für, ähm, sieht man das hier so, irgendwie, ich glaube, irgendwo müsste man es sehen, aber, ich glaube, da müssen wir irgendwie anders ran, und ich will euch ja jetzt erst was anderes zeigen, ähm, und zwar haben wir einen, zwei, drei, vier, fünf Spieler, die momentan eine Aufwertung bekommen, ich glaube, der eine oder andere kommt noch dazu hier, Martin Schröder, denke ich, kommt auch noch drüber, dann, wen haben wir denn noch hier, der Elfer, Stefan Rehm mit seinen 27, kommt drüber, Enrico Keile, sollte drüber kommen, und vielleicht eher noch, Othessen, da wird schon knapp, mit Eckart Lehmann, müssen wir mal gucken, wie wir die Punkte machen, ich werde nochmal kräftig reinpumpen, das war das Schaffen, wie gesagt, vor dem neunten Spieltag, dann wäre das wunderbar, was ich noch ganz schnell euch, äh, mitgeben wollte, wäre die Ligaaufstellung, ich werde über Ballbesitz spielen, und mit der Brechstrange, Stange, sprich voller Einsatz, denn wie gesagt, der hat eine 31, bin ich mir unsicher, ich hoffe, das klappt, aber so ganz durch ist das Ding noch lange nicht, von dem her, erstmal voller Einsatz, Ballbesitz offensiv, traue ich mich nicht, spielen auch noch auswärts, da lasse ich lieber mal den Ballbesitz, und dann denke ich, passt das, und in dem Sinn würde ich sagen, war es das schon wieder mit dieser Folge, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, wenn ihr mehr sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr selbst mitzocken wollt, wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung, klickt einfach rein, meldet euch an, kostet nix, und dabei würdet ihr mich ein klein wenig finanziell unterstützen, und damit bin ich erstmal raus, macht's gut, genießt den Tag, bis dahin, euer Badeschlappen, Servus!